Let's play Secret of Mana Oh, es war ja gut, dass ich hier genau... Verschwindet vor ihr! Genau vom Boss angehalten, ne? Habt ihr nicht gehört? Wir bleiben! Es wäre besser gewesen, ihr hättet mich auf mich gehört! Mäm! Böse! Arrys! Ich bin Arrys! Okay, ähm... Da ich mich nicht wirklich lang mit dem Typen rumschlagen will und äh... Das Spiel langsam, aber doch... Bisschen voranbringen will ich... Das war ich ihm ein... Feuerhagel... Mutgranate... Denn schon, denn schon... Wenn ich schon dabei bin, dann haust du ihm auch noch was rein... Beziehungsweise du haust mir ein Schwert rein... Sollte halbwegs in Ordnung sein... Und... Autschi... Frostwelle... Und das war jetzt eine böse Kombi... Obwohl das hat nicht wirklich viel abgezogen... Das freut mich sogar... Na dann... Das erste, was ich machen werde, wenn er wieder da ist... Ja, ich war immer ne... Glutgranate rein... Hm... So... Aber jetzt... Komm her, komm her, komm her... Weil, wie gesagt, ich möchte eigentlich... Oh man... Wie weiterkommen... Und das war's für... Glados... Das war ein bisschen zu viel für Glados... Sie könnte eigentlich noch was einsetzen... Das ist witzig... Das heißt, ich kann... Ja... Ich kann's noch nicht ansetzen... So... Aber jetzt... Hm... Ich muss mit der Steuerung wieder zurechtkommen... Zu viele andere Games gezockt... Ja, ja, ja... Schottiküber hat viel gezockt in letzter Zeit... Daher muss ich mit den... Controls wieder umgehen... Das ist auch nicht gerade so leicht... Yeah, hau mich nicht... Achso, war der Eisheil... Doch, oder? Ja, das war's eh schon... Sehr schön... Ich hoffe, ich habe jetzt auch wirklich alles richtig eingestellt... Oh man... Fail-Recording... Oh yeah... Zwei Bosse... In einem Tempel... Genau, das kann ich mich an erinnern, dass das so war... Zumindest an den... Ja, habe ich mich erinnern können... Boomerang Orb erhalten... Sehr schön... Jetzt haben wir nicht drauf gehört... Oh... Der Weihnachtsmann... Das ist der... Weihnachtsmann... Alter Geselle... Geht es dir gut? Also... Alter Geselle... Geht es dir gut? Die Stimme hatte ich doch für ihn... Ja, danke... Aber ich bin so dumm gewesen... Rudolf... Ich war so... Ich war so traurig... Dass die Kinder dieser Welt nicht mehr an mich glauben... Also dachte ich mir... Weihnachtsmann... Du musst dagegen etwas tun... Irgendjemand hat mir einmal erzählt... Dass Mahnerbäume besonders groß werden... Also bin ich losgezogen... Um mir einen Mahnersamen zu besorgen... Ja, bist du intelligent... Ich wollte den größten Weihnachtsbaum aller Zeiten züchten... Ja... Kaum hatte ich den Samen berührt... Wurde ich in einen... Eismutanten verwandelt... Ah... Dass er sich daran erinnern konnte... Interessant... Es ist sehr gefährlich... Wenn man versucht... Mana zu kontrollieren... Hier habt ihr den Mahnersamen... Ich brauche... Ihr braucht ihn... Boah... Er weiß einfach wer wir sind... Oder wie... Gib den uns... Und auf einmal werden wir zu... Eiskolums... Boah... Eiswaffen... Ich bin eigentlich voll... Ah... Mein Daumenschmerz... Ah... Ich laufe einfach mal durch alles durch hier... Durchlaufen... So Leute mitkommen... Sehr brav... Uiuiuiuiui... Da... Lass mich durch... Durchlassen... Danke sehr... Wölke... Du stehst... Äh... Du schwebst im Weg... Rum... Hm... Tut sie eigentlich? Was solltest du sonst tun? Sie ist hier eine Wolke! Hm... Meine Witze... Wäre nicht immer schlechter... Kommt mir vor... Gut... Äh... Wo war der Weg zurück? Jetzt glaube ich... Ist es dann schon langsam so weit... Wo wir wirklich... Äh... Herumreisen ohne Ende... Wo das Laufen... Wirklich den Größteil an Zeit aufnimmt... Und wo ich langsam beginne zu verzweifeln... In dem Spiel... Ja... Es gibt Momente wo ich verzweifle... In dem Spiel... Das sind genau die Momente wo ich mir denke... Äh... Jetzt muss ich wirklich da wieder hin... Und dann wieder da hin... Und dann... Nee... Ach... Ihr werdet es schon noch merken... Wow... Der ist aber gerade über die... Bling Bling Bäume drüber gelaufen... Ja... Bling Bling Bäume... Knacki... Ganz genau... Bling Bling... So... Ich hoffe ich bin hier richtig... Hm... Ich bin bei Kanoni... Pff... Kanoni... Ich muss so oder so zu ihm... Wenn ich mich nicht recht irre... Äh... El Oasis... Ganz genau... Da muss ich hin... Boah... Ich hab das Bedürfnis zu beschleunigen... Aber wenn ich das tue... Mache ich den Safe State... Und das will ich nicht... Ach ja... Das mit dem Beschleunigen... Werdet ihr schon noch sehen... Gut... Also nachdem ich gelandet bin... Will ich direkt einen Cut machen... Deswegen wundert euch nicht... Und dass ich jetzt dann gleich wieder ein bisschen still bin... Ach ja... Und... Zauber Ciano dreht sich im Greif... Hm... Greif... Ach das mit Ciano... Werdet ihr den auch noch herausfinden... BAMS! Hallo... Wie geht's? Hm... Ich bin weich gelandet auf dem Typen... Gut... Ich mach einen kleinen Cut... Uhuhu... Das war ja mal... Das war ja mal knapp mit dem Cut... Das muss ich ehrlich sagen... Weil... Ungefähr ein paar Sekunden später... Kommt davon... Wow... Du tut... Du tut... Falsche Taste... Ja... Auf einmal ging bei mir auf Skype... Alles... Kreuz und quer... Danke, dass ihr den Mana... Samen zurückgebracht habt... Beim Bate des Propheten... Äh... Ihr wollt also den Mana Samen zurückbringen... Dann gebt acht... Viele Monster werden versuchen euch... Aufzuhalten... Nachher... Jetzt müssen wir in den Feuertempel... Ganz genau... So war das... Äh... Ja... Ich würde mal sagen... Ich hau mich mal ins... Bettchen dort... Das wäre glaube ich auch ein... Verschied hast du... Das wäre auch... Glaube ich kein... Allzu schlechter Vorschlag... Ich habe ja nur 65.000... Also das ist nicht so viel... Schnarch... 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 Ganz genau... Und ja... Ich will speichern... Das auf jeden Fall... Es war ja lang her... Dass ich wieder gespeichert habe... Äh... Äh... 21 oder letzte... Also der hinterste... Du-du-du-du-du... Du-du-du-du-du-du-du... Gut... Nachdem ich gespeichert habe... Werde ich jetzt gleich mal... Ein bisschen Zeugs nachmagazinieren... Bei dir hier... Typie... Kaufen... Äh... Wir kaufen uns gleich mal... Habe ich Schokolade... Ja... Ich habe Schokolade verwendet... Wie böse von mir... Ich habe aber keine Wahl... Das verwendet... Respektabel... Irgendwas verreckt... Ganz genau... Das war's... Nicht mehr... Na komm... Das war's... So... Äh... Wo war das... Ich glaube unten links... Wenn ich mich nicht recht irre... Unten links... Aber ich habe immer noch die Eiswaffe... Oh... Ne... Ne... Geh, 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 geh... Achso... Da geht es noch nicht runter... Ah... Nach links... Muss ich da wahrscheinlich noch mal nach oben... So... Und jetzt links... Ich halte mich einfach außen... Und ihr pisst euch einfach... Ganz genau... Oder ihr seid eingefahren... Das ist auch eine gute Idee... Ähm... Ich hoffe... Ich gehe richtig... Ich hoffe es... Ja, ich gehe richtig... Sehr schön... Da habe ich mich noch gut erinnert... Äh... Friesing... Friesing... Na, 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 na... Da mache ich was anderes... Ähm... Du bist Schlamm... Dann haue ich dir mal da eine Granate ran... Und... Mitkommen Leute... Mitkommen... Sehr schön... Granateldung gebracht... Haha... Sehr schön... Jetzt geht es endlich hinein... So, da ihr das Ganze noch nie gesehen habt... Wisst ihr auch noch nicht... Wie es hier aussieht... Ich zeige euch gleich einmal das Ganze... Ich schieb den Typ nur mal darüber... Dann ist der andere aufgetaut... Dann kann ich den dann wieder schlagen... Dann kann ich den noch weiter wegschieben... Und dann kann ich den auch gleich schlagen... Ganz genau... So... Mein Sohn ist endlich weg... Hier komme ich nicht drauf... Das ist nur so ein Return-Pointer... Kann ich von oben unter... Äh... Dort links geht es glaube ich weiter... Und rechts war glaube ich eine Sackgasse... Da komme ich auch nur auf eine andere Art und Weise hin... Ganz genau... Da komme ich nur zu dem Feuerschleim da oben hin... Bringt mir aber rein gar nichts... Deswegen werde ich mich hier noch umbegeben... Und... Wie kommen wir hier durch? Wenn ich mich nicht recht... Äh... Hey... Das war knapp... Gibt es ja auch irgendwo in der Gegend einen... Platz wo ich gut trainieren kann... Können wir nicht weitergehen... Bla bla bla... Jetzt kann ich aber weitergehen... Ähm... Lass mich raten... Lass mich raten... Falsch... Lass mich raten... Das mache ich gleich auf alle... Damit sich hier irgendwas tut... Habe ich richtig geraten... Ich habe mir die Frust würde... Das ist Feuer löschen... Hey... 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 Das war falsch... Das wollte ich gar nicht... Wieso tue ich das... Ähm... Ja... Dann warte ich halt einmal kurz... Hast du dir halt selber eine Feuerklinge gemacht? So... Was brauche ich hier nochmal? Ähm... Was brauche ich hier nochmal? Bei normal Feuer... Feuer für Feuer... War doch glaube ich irgendwas, oder? Vesuvier Magie... Könnte Hilfe... Das war ja klar... Wieso sonst kriege ich Vesuvier drüben? Ähm... Feuern... Die wird schon reichen... Hoffe ich mal... Hoffe ich mal... Ja... Dann kriegst du halt wieder das stärkste... Da... Wumm... 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 Danke sehr... Wir haben es abgekühlt... Logisch... Und weiter geht's... Werde ich diesen Part vielleicht doch ein bisschen länger... Machen... Ich hasse Schleim ist... Äh... Das schaut nach Nasser Gasse aus... Ich mag euch nicht... Ihr bringt mich dazu, dass ich brenne... Werden nicht wundern... Falls ihr dann später mal... Äh... 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 Ungefähr bei mir in zwei Stunden... Äh... Ähm... Dings geben... Feuerwerk... Äh... Äh... Schwarty... Pfff... Gewitter... Gewitter klingt anders... Schauty... Schalt an hier mal... So ist hier was... Nein jetzt auch nichts... Toll... Sinnlose Räume die sinnlos sind... Rauf geht's... Ja genau hier war das doch irgendwo... Hier war ein Platz wo ich gut trainieren könnte an sich... Ähm... Lass mich raten... Es ist braun... Brauche ich jetzt schon wieder Schlamm... Schlamm Magie... Muss ich Schlamm Bälle draufhauen... Muss ich euch draufschlagen... Hm... Komm... Ah... Vesufio... Kann ich schon wieder eine schnoddelige Granate draufschmeißen? Granate! So... Das hat sich jetzt was gebracht... Da ist jetzt definitiv nichts passiert... Wieso soll mir Vesufio Magie helfen wenn da nichts passiert? Da muss man natürlich immer zuerst das Richtige finden... Das war auch das Falsche... So... Jetzt vielleicht das Richtige... Danke sehr... Das ist natürlich nicht doch noch dabei steht... Nein... Zwar genau hier ist es jetzt... Äh... Könnte ich auch relativ gut trainieren... Ohne dass mir wirklich was passiert... Das mache ich auch gerne mit der Steinklinge an sich... Aber da ich ja schon... Im Vorhinein gut trainiert habe... Brauche ich das ja rein theoretisch gar nicht mehr machen... Und zwar war das hier... Wenn ich hier reingehe und wieder rausgehe... Kommen hier immer wieder zwei her... Gegen die kann ich relativ gut kämpfen... Da habe ich kein Problem gegen die... Das Ganze kann ich dann halt immer wieder wiederholen... Je nachdem wie oft ich das machen will... Ich glaube das Ganze werde ich ein bisschen offscreen machen... Weil der Party ist eigentlich jetzt schon wieder akzeptabel lang... Das heißt... Danke Leute fürs Zusehen... Unten links der Link zum nächsten Video... Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Secret of Mana wieder... Bis zum nächsten Mal... Ciao!